Was ist die Welt der Finanzen? Nicht nur durch das Schaffen von Mehrwerten, sondern durch die tatsächliche Kontrolle über die Geldquellen. Als ich dem Geld folgte, führte es mich die Ebenen einer Pyramide hinauf. Hier sind wir auf der untersten Ebene, wo wir unser tägliches Leben leben. Über uns die Regierung. Menschen, die ein Monopol an Macht erhalten haben und verwenden dies, um uns zu besteuern, uns zu kontrollieren, ob wir damit einverstanden sind oder nicht. Aber wer kontrolliert sie? Auf der nächsten Ebene sind es die Unternehmen. Viele würden sagen, dass heute Unternehmen und nicht die Nationalstaaten die Welt regieren. Sie nennen es eine Korporatokratie. Um die Ressourcen der Welt zu erwerben und die Märkte kontrollieren zu können, benötigt diese Korporatokratie Zugang zu billigem Geld. Die großen Konzerne bekommen ihre Kredite zu besonders günstigen Konditionen von den Großbanken. Das bedeutet, dass diejenigen, die die großen Banken kontrollieren, die wohlhabende Elite, letztlich die Konzerne kontrollieren. Als ich dem Geld folgte, habe ich gelernt, dass fast alles, was ich einmal über Geld geglaubt habe, einfach nicht wahr ist. Es ist interessant, wie wenige Fragen wir uns über sehr alltägliche Dinge stellen, wie zum Beispiel, wenn wir zur Bank gehen und um ein Darlehen von 50.000 Dollar 50.000 Pfund bitten. Was geschieht da eigentlich? Die meisten Leute leben ihr Leben basierend auf einem vagen Bild davon, was eigentlich geschieht. Was tatsächlich passiert, ist Folgendes. Sie fragen nach 50.000 Pfund, die Bank schreibt ihrem Konto 50.000 Pfund gut. Das ist alles, was getan wird. Es werden keine neuen Münzen geprägt, kein neues Geld wird gedruckt, kein Edelmetall wird bewegt. In ihrem Konto werden nur 50.000 Pfund über einen Computerbildschirm eingegeben. Von diesem Moment an starten sie die Zahlung von Zinsen auf Geld, das noch nie, das nicht und das niemals existieren wird. Es stellte sich heraus, dass die Banken tatsächlich etwa neunmal so viel Geld ausgeliehen haben, als sie als Reserve in ihren Tresoren haben. Dies ist möglich durch die als Fractional Reserve bezeichnete Kreditvergabe. Es funktioniert, da es der Federal Reserve oder der Zentralbank in jedem Land gesetzlich erlaubt ist, die notwendige Reserve in einer Bank zu bestimmen. Im Moment sind das in den USA rund 10 Prozent. Also, wenn Sie 10.000 Dollar in die Bank einzahlen, setzt die Bank 10 Prozent oder 1.000 Dollar zur Seite und verleiht dann den Rest ihres Geldes. Dies funktioniert da, wenn zum Beispiel eine andere Person in die Bank kommt und nach einem Autokredit über 9.000 Dollar fragt, verleiht die Bank in diesem Moment 9.000 Dollar ihrer ursprünglichen Einzahlung. Das Geld ist nicht mehr da. Der Kreditnehmer bezahlt dann den Autohändler. Dieser zahlt dann das Geld in eine andere Bank ein, welche Teil des gleichen zentralen Banksystems ist. Die 9.000 Dollar werden wie eine neue Einzahlung behandelt und der Prozess geht weiter. Das Geld wird wieder neu eingezahlt und wieder neu ausgeliehen, bis die originale Einzahlung von 10.000 Dollar dann 100.000 Dollar wird. Das Bankensystem hat nun 90.000 Dollar dadurch erschaffen, dass sie ihr Geld ausgeliehen hat. Offenbar begann dies mit den Goldschmieden im 17. Jahrhundert, als die Leute mit Gold handelten. Gold war schwer zu tragen, weshalb Leute das eigentliche Metall in Gewölben lagerten und stattdessen Belege austauschten. Diese Belege waren das erste Papiergeld. Da nur wenige Menschen ihr Gold zum selben Zeitpunkt entnahmen, fingen die Gewölbebesitzer, eigentlich die neue Bank an, Belege für mehr Metall auszustellen, als sie wirklich besaßen. Sie liehen solche Belege aus und berechneten Zinsen auf das Geld, Gold, das sie nicht wirklich hatten. So ist das sogenannte Fractional Reserve System geboren worden. In diesem System machen die Bankiers Geld aus dem Nichts, während der Rest von uns hart arbeiten muss, um es zu verdienen. Dies hat eine moderne Form der Leibeigenschaft geschaffen, wo heute die Masse der Gesellschaft arbeiten muss, um ihre Schulden an die Bank zu tilgen. In diesem Mindestreserven-System werden wir unweigerlich Schuldensklaven zu einer herrschenden Klasse von finanzieller Elite. Nicht, weil diese besser oder klüger sind als alle anderen, sondern weil sie das System manipuliert haben, um, auf Kosten der meisten Menschen auf diesem Planeten, selber zu profitieren. Catherine Austin Fitz ist eine Expertin zu diesem Thema. Sie war Assistant Secretary of Housing und Urban Development unter Präsident George Bush Senior und dann eine Beraterin der Clinton-Administration. Lassen Sie uns ein Monopoly-Spiel spielen und Sie möchten die Parkstraße kaufen. Was ich nun wiederholt tun kann, ist, Geld zu drucken, mir selbst mehr Geld zu geben, dadurch den Wert Ihres Geldes senken, da ich immer mehr drucke. Egal wie hart Sie arbeiten oder wie erfolgreich Sie sind, am Ende kann ich Sie immer kostenfrei aufkaufen. Also wieso wird es, wenn Sie oder ich Geld drucken, als Fälschung bezeichnet, aber wenn die Banken es tun, ist es eine Erhöhung der Geldmenge. Wie haben die Banken diese Macht erhalten? Dies ist Jekyll Island, wo sich im Jahre 1910 Vertreter von den Rockefellers, Rothschilds, Morgans und anderen Privatbankiers heimlich trafen, um die Gesetzgebung, die die Federal Reserve schaffen würde, zu entwerfen. Ed Griffin schrieb im wahrsten Sinne des Wortes das Buch zu dem, was auf Jekyll Island passierte. Zentralbanken sind Bankenkartelle, die in Partnerschaft mit den jeweiligen Regierungen der Länder, in denen sie tätig sind, handeln. Und ihnen wurde eine monopolistische Macht über die Schöpfung der nationalen Geldmenge gegeben. Man könnte sagen, dass die Politiker ihnen diese als Geschenk für die Partnerschaft gegeben haben. Und was machen die Banken im Gegenzug für die Politiker? Sie versprechen, Geld aus dem Nichts zu machen, da sie ja diese gesetzliche Macht von der Regierung erhalten haben, dies zu tun, zu jeder Zeit, wenn die Regierung es benötigt. Und seit 2008 haben wir die größte Falschgelddruckerei der aufgezeichneten Geschichte gesehen. Diese finanziellen Tricks verheimlichen die Kosten und wer daran schuld ist. Und lassen uns als Schuldensklaven arbeiten, um die Rechnung abzuzahlen. Ich fand es sehr aufschlussreich, dass im selben Jahr, in dem die Federal Reserve geschaffen wurde, im Jahre 1913 auch das Finanzamt etabliert wurde. Und Einkommensteuer wurde eingeführt, sodass Sie und ich die Schulden der Politiker an die Banker zahlen können, plus Zinsen. Das Problem ist, dass wir in den Vereinigten Staaten ein privat geführtes Zentralbanksystem getarnt als ein staatliches System haben. Wenn Sie hier im Washington D.C. Bereich in das Telefonbuch schauen und nach der Federal Reserve in den blauen Regierungsseiten suchen, werden Sie feststellen, dass sie nicht darin steht. Sie ist in den weißen Seiten, direkt neben Federal Express. Sie ist eine privat geführte Zentralbank. Wir leben in einer Bandwurmwirtschaft, wo die finanzielle Elite der Bandwurm ist und sich mit uns füttert. Und Sie mögen es nicht, wenn Ihnen Leute auf die Schliche kommen. Nachdem Catherine die Regierungskorruption auf höchster Ebene zu entlarven begann, hat das FBI ihre Firma überfallen und ihr Vermögen beschlagnahmt. Sie war für zehn Jahre in Gerichtsverfahren verwickelt, bevor sie für unschuldig befunden wurde. Wir haben die Federal Reserve, ein sich im Privatbesitz befindendes Unternehmen, mit einem Monopol auf die Schaffung von Geld, aber ohne Rechenschaftspflicht gesichert von einer Regierung mit einem Gewaltmonopol. Dem Land wurde die Idee verkauft, dass die Fed eine Institution ist, welche der Wirtschaft hilft, sich zu stabilisieren und unabhängig von der Politik ist. Aber in der Tat, in fast einem Jahrhundert ihres Bestehens hat die Federal Reserve genau das Gegenteil getan. Seitdem sie die Führung übernahm, sind wir durch Inflation beraubt worden und die Kaufkraft des Dollars ist um mehr als 97 Prozent zurückgegangen. Und das Wohlstandsgefälle macht es deutlich, dass das meiste Geld auf sehr wenige verteilt ist. Nur 16 Jahre nachdem die Federal Reserve an der Macht war, erlebte Amerika die Great Depression. Meine Recherchen ergaben, dass vor dem großen Crash im Jahre 1929 die Elite-Bankiers ihr Geld aus dem Aktienmarkt herausgezogen haben. Nach dem Crash benutzten sie das Geld, um billige Aktien und kleinere, versagende Banken für Pfennige pro Dollar zu kaufen. Unter den Bankiers, die ihren Reichtum auf diese Weise konsolidiert haben, waren die Rothschilds, Rockefellers und Morgans. Ein ähnliches Szenario spielte sich im finanziellen Zusammenbruch im Jahre 2008 ab, in dem die gleichen Bankiers profitierten. In den Jahren bis zum Zusammenbruch bündelten und handelten die größten Banken, darunter Bank of America, Citigroup und Chase, kontrolliert durch die Rothschilds, Rockefellers und Morgans schlechte Kredite, wo sie wussten, dass sie am Ende scheitern würden. Es ist, als wenn man faule Orangen in eine Kiste tut und dann diese als erste Wahl verkauft. Die Bündler dieser Schulden wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis jemand die Box aufmachen würde, um zu sehen, dass der Inhalt wertlos war, da sie diejenigen waren, die die Boxen in erster Linie verpackt hatten. Als die faulen Orangen, die unsoliden Kredite, Derivate und Credit Default Swaps, von denen wir hören, schließlich entdeckt wurden, war jeder betroffen. Menschen verloren ihr Zuhause, ihre Arbeitsplätze, ihre Unternehmen und ihren Ruhestand. In der Zwischenzeit wurden die größten Banken, die das Problem in erster Linie geschaffen hatten, gerettet. Warum? Warum gab die Federal Reserve Milliarden an die Banken, obwohl die Mehrheit der Amerikaner dagegen war, sie zu retten? Und warum nicht denen helfen, die es am meisten brauchen, anstatt die Verursacher des finanziellen Kollapses? Ich bin davon überzeugt, dass der beinahe Zusammenbruch der Wirtschaft im Jahre 2008 von einem orchestrierten Pump-and-Dump-Schema resultierte, das von den großen Banken entworfen und durchgeführt wurde, um Reichtum und Macht zu konsolidieren. David Icke erklärt, wie er die Federal Reserve die sogenannten Business-Zyklen manipulieren sieht. Stufe 1 ist wie das Auswerfen einer Angelschnur. Stufe 1. Sie setzen eine Menge Geld, Einheiten des Austauschs, in Umlauf. Sie tun dies, indem Sie Zinssätze nach unten drücken, indem Sie viele Darlehen geben. Dies ist der Teil des Zyklus, den wir einen Boom nennen. Weil es viele Einheiten des Austauschs im Umlauf gibt, gibt es viel Geld, das den Besitzer wechselt. Dieses generiert viele wirtschaftliche Aktivitäten. Es bringt Arbeitsplätze und mehr und mehr Geld wird ausgegeben. Es gibt mehr Nachfrage, sodass Unternehmen mehr Kredite für neues Geld aufnehmen, um ihre Produktion zu erhöhen. Leute werden zuversichtlich in ihrem Alltag. Hey, weißt du, ich arbeite für dieses Unternehmen und wir bekamen viele Aufträge, es ist wirklich toll, mein Job ist sicher. Ich sage dir was, wir werden ein größeres Haus kaufen. Dann beginnen sie mit der Änderung. Was sie tun ist, dass sie an der Angelschnur ziehen. Sie drücken die Zinsen nach oben. Nun nehmen weniger Menschen einen Kredit auf und sie machen die Kriterien für einen Kredit von der Bank strenger. Und jetzt, da die Zinsen gestiegen sind, wird ein großer Teil des Volkseinkommens dafür verwendet, die extra Zinsen zu bezahlen und nicht dafür Dinge zu kaufen. Plötzlich ist nicht mehr so viel Geld im Umlauf und daher werden weniger Dinge gekauft. Unternehmen verlieren in Bezug auf ihre Gewinne. Sie fangen an, Stellen abzubauen und sie fangen an zu schließen. Leute verlieren ihre Arbeitsplätze. Sie können ihre Hypothek von dem großen Haus nicht mehr bezahlen, welche sie in guten Zeiten aufgenommen haben. Nun fangen die Banken an, die Angelschnur wieder einzurollen, weil, wenn sie in Konkurs gehen, Unternehmen oder Privatpersonen, die Banken nun den wirklichen Reichtum bekommen. Das Eigentum, das Land, die Mittel, die sie hatten, um die Kreditvergabe zu unterzeichnen, welches am Ende nur Zahlen am Bildschirm waren. Nun wurde dieser Konjunkturzyklus, der Angelschnur raus, Angelschnur zurück, viele Einheiten im Umlauf, zurückziehende Einheiten seit Jahrhunderten praktiziert. Dies hat gestohlen und den wahren Reichtum der Welt in die Hände von wenigen kumuliert. Auf der internationalen Ebene verwenden die Zentralbank, JES, die Weltbank und den internationalen Währungsfonds, um mehr Geld zu verdienen, während sie die Ressourcen der Länder ausnutzen, denen sie etwas leihen, welche sie während dieses Prozesses ruinieren. Die Zentralbank der Zentralbanken ist die von Rothschild geschaffene Bank für den internationalen Zahlungsausgleich. Die Elite positionierte sich so, dass sie praktisch Zugang auf alles hat, um alles, was wir zum Überleben brauchen, zu kontrollieren. Egal, wo sie auf der Welt hingehen, das Geld wird vom Bankensystem kontrolliert. Die Bank kontrolliert, ob Leute essen oder nicht. Wer ein Milliardär ist und wer mit weniger als einem Dollar pro Tag zu leben hat. Wer das Geld kontrolliert, beherrscht die Welt. Und nur sehr wenige Menschen kontrollieren das Geld. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich meine Weltansicht auf den Kopf gestellt. Ich hatte Schwierigkeiten mit der Erkenntnis, dass das Versagen und Leid von so vielen in Wirklichkeit für wenige, die Elite Zentralbankiers, die die Welt zum Narren gehalten haben, Erfolg und Erfüllung ist. Sie haben bereits riesige Vermögen, also was ist ihr Schlussziel? Was sind ihre wahren Absichten? Ich sah Experten, die sagten, dass die geheime Agenda des elitären Bankensystems nichts anderes ist als totale Weltherrschaft. Wenn diese kleine Gruppe die ganze Welt beherrschen will, was würde sie kontrollieren müssen, um dies zu erreichen? In erster Linie müssten sie Geld kontrollieren. Und sie tun das. Die Kontrolle des Geldes ermöglicht ihnen, alles andere zu steuern. Sie müssten Energie kontrollieren. Und sie tun das. Sie kontrollieren bereits große Landwirtschaften und den Welthandel. Sie kaufen auch die weltweite Wasserversorgung auf. Sie haben die Gesundheit in ihrer Tasche und sie versuchen, natürliche Alternativen zu unterdrücken. Sie müssen kontrollieren, welche Informationen wir erhalten und wie wir darauf reagieren sollen. In Amerika ist das Internet, unser größtes Werkzeug für Kommunikation und Basisorganisationen, im Moment nicht kontrolliert oder zensiert. Aber der offene Status wird von allen Seiten angegriffen. Regierungen, Unternehmen und die Vereinten Nationen versuchen, alle die Kontrolle zu übernehmen. Für eine vollständige Herrschaft muss der Dissident kontrolliert werden. Sie müssten unsere Rechte wegnehmen, normale Bürger ausspionieren und jeden Aspekt unseres Lebens verfolgen. Ich erkannte, dass ich, um mir dies vorstellen zu können, entdecken musste, wie ihre herrschende Struktur aussieht und wie sie funktioniert. Eine relativ kleine Gruppe von Familien, insbesondere die Rothschilds, Rockefellers, Morgans und Carnegies, zusammen mit den Harrimans, den Schiffs, den Warburgs, sind seit Generationen führend in der kontrollierenden Elite im Westen. Ich will nicht implizieren, dass jeder Einzelne in diesen Familien sich dessen bewusst ist oder aktiv in der globalen Vorherrschaftsagenda ist. Ich bin jedoch überzeugt, dass die Führer dieser Dynastien die Unternehmens- und Bankeninteressen kontrollieren, welche den finsteren Plan ausführen, der so viele Menschenleben vernichtet. Diejenigen, die heimlich diese Agenda forttreiben, sind unter vielen Namen bekannt. Durchgesickerte Berichte bestätigen, dass sie sich überall auf der Welt hinter verschlossenen Türen treffen, um ihre Agenda zu diskutieren. Dann wie am Schnürchen beginnen sich diese Pläne in den Medienfinanzunternehmens, Regierungs- und Militärbereichen zu zeigen. Natürlich ist nicht jeder in dieser Gruppe beteiligt an den Entscheidungsfindungen. Es gibt eine Hierarchie des Wissens und der Teilnahme. Eines der wichtigsten Symbole der Kontrolle der Elite ist das All-Seeing-Eye. Es ist auf dem Dollarschein. Es ist auf dem amerikanischen Massenüberwachungssystem, das zunächst Total Information Awareness genannt wurde. Es ist auf dem britischen Intelligence Agency und es übersieht sogar den obersten Gerichtshofkomplex in Israel, vollständig gestaltet und finanziert von den Rothschilds. Eine der schmerzhaften Arten, in welcher diese Information verwendet wurde, ist von Menschen, die Antisemitismus fördern wollen. Sie nennen dies eine jüdische Agenda und führen Rassismus weiter, welche das Leben von vielen untergräbt und zerstört. Lassen Sie mich klarstellen, dies ist definitiv nicht eine jüdische Agenda. Es ist dokumentiert worden, dass die Zentralbankiers beide Seiten des Zweiten Weltkrieges, sowie einige der Unternehmen, die mit Hitlers Gräueltaten gegen die Juden in Verbindung waren, finanzierten. Da diese Menschen mehr Geld haben, als ihre Familien in Generationen brauchen und da sie die Macht haben, Geld zu schaffen, glaube ich nicht, dass Reichtum ihr Endziel ist. Nachdem sie alle materiellen Dinge, die sie sich im Leben vielleicht wünschen könnten, haben, was ist noch übrig, das sie begeistert? Und für viele Menschen ist die Antwort Macht, Weltmacht. Sie wurden zu einer intellektuellen Elite, die zu denken begann, dass sie einen Plan hatte, der besser war als jeder andere Plan. Es ist eine Trennung- und Besiegungsstrategie, um uns alle gegeneinander auszuspielen und zu denken, dass es die Demokraten oder Republikaner, die Liberalen oder Konservativen sind, die das Problem darstellen, wenn beide Parteien letztendlich den gleichen Plan befolgen. Ich glaube, wir steuern auf eine totalitäre Weltautorität zu. Eigentlich eine Militärdiktatur, gesteuert von einer kleinen Elitegruppe, die die ganze Macht hat und alle Regeln macht. Das größte Gefängnis, in dem Menschen leben, ist die Angst vor dem, was andere Leute über sie denken. Was wird mir als Resultat all der Verhöhnung, der ich mich aussetzen musste, passieren? Das Resultat war, dass ich mich nicht mehr darum kümmerte, was andere Leute von mir dachten. Erst dann erkennt man, in welchem Gefängnis man früher lebte. Und es gab mir ein persönliches Verständnis dafür, wie einfach es für ein paar Leute ist, so viele zu kontrollieren. Alles, was sie tun müssen, ist, die Norm der Gesellschaft zu bestimmen, was als richtig und falsch angesehen wird. Moralisch und unmoralisch. Gut und böse. Gesund und wahnsinnig. Möglich und unmöglich. Und sie bauen, was ich eine stressfreie Zone nenne. Wenn sie ihr Leben in dieser Zone der Wahrnehmung leben und damit, was sie glauben, sagen und denken, dann werden Leute sie in Ruhe lassen, weil sie als normal eingestuft werden. Sobald sie aus dieser Zone hinaustreten und ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen, haben die Illuminati eine ganze menschliche Bevölkerung von Gefängniswärtern erstellt, die diejenigen angreifen, die aus der normalen Zone heraustreten. Es wird interessant, wenn man an den Rand dieser stressfreien Zone tritt mit dem, was man sagt und denkt. Sie denken nicht, was wird der Leiter der Weltbank denken, wenn ich das tue? Was wird er sagen? Nein, wir sagen, was wird meine Mutter denken? Oder die Jungs am Stammtisch? Oder die Menschen bei der Arbeit? Was würden sie sagen? Indem sie die Norm etabliert haben, haben die Illuminati eine absolute Armee von Leuten erstellt, die diese Normen auf andere auferlegen. Ihre große Strategie zur globalen Dominanz wird bereits umgesetzt. Sie zerstückeln die Welt in sogenannte Superstaaten, die nationalen Grenzen überschreiten, so dass wir einfacher für sie zu verwalten sind. Sie haben bereits die Europäische Union und die Afrikanische Union gegründet. Politiker aus den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko, unter dem Titel des Security and Prosperity Partnerships, haben an dem nördlichen Teil gearbeitet, was die Planung für eine Art von Amerikanischer Union darstellt. Dies geht schon seit Jahren ohne die Zustimmung von Bürgern oder dem Kongress vor. Eine Pacific Union ist bereits in Arbeit. Dies ist ein Organigramm für globale Tyrannei, die Struktur für die vollständige Kontrolle. Hier sprechen zwei der mächtigsten Männer in Europa über die Umstellung auf eine einzige Weltregierung. Es ist äußerst wichtig, dass wir in diesem neuen Bereich der globalen Regierung besonders auf beiden Seiten des Atlantiks die gleichen Regeln auf gleiche Weise umsetzen. 2009 ist auch das erste Jahr der globalen Regierung aufgrund der Gründung des G20 in der Mitte der Finanzkrise. Auf internationaler Ebene hat die Zentralbanken-Elite riesige Organisationen eingerichtet, um ihre Politik zu implementieren, inklusive der World Trade Organization, der Weltgesundheitsorganisation, der Weltbank und des internationalen Währungsfonds. John Perkins ist ein Mann, der aus jahrzehntelanger eigener Erfahrung als sogenannter Economic Hitman weiß, wie die Absprachen von Banken, Unternehmen und Regierungen Länder auf der ganzen Welt übernommen haben. Wir haben viele Techniken benutzt, aber die häufigste ist wahrscheinlich, dass wir in ein Land gehen, das Ressourcen besitzt, die unser Unternehmen begehrt, wie Öl. Wir arrangieren dann ein großes Darlehen von einer Organisation wie der Weltbank oder einer ihrer Unterorganisationen an das Land, aber das meiste Geld geht an US-Konzerne, nicht an das Land selbst. Konzerne wie Bechtel und Halliburton, General Motors, General Electric bauen dann riesige Infrastrukturprojekte in diesem Land. Kraftwerke, Autobahnen, Häfen, Gewerbeparks, Dinge, die nur den Reichen dienen und sehr selten die Armen erreichen. In der Tat leiden die Armen darunter, weil diese Kredite riesig sind und zurückgezahlt werden müssen. Die Rückzahlung dieser Kredite bedeutet oft, dass die Armen keine Bildung, Gesundheit oder andere soziale Dienste erhalten. Und dem Land bleibt am Ende ein riesiger Schuldenwerk, was von Anfang an so geplant war. Wir, die ökonomischen Hitmen, gehen dann zu diesem Land zurück und sagen, Sie schulden uns eine Menge Geld. Sie können diese Schulden nicht zurückzahlen, daher geben Sie uns nun ein Pfund Fleisch. Sobald einer dieser anti-amerikanischen Präsidenten gewählt wird, besucht ihn einer von uns und sagt, Hey, herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident. Nun, da Sie Präsident sind, will ich Ihnen nur sagen, dass ich Sie und Ihre Familie sehr, sehr reich machen kann. In dieser Tasche habe ich mehrere hundert Millionen Dollar für Sie, wenn Sie das Spiel nach unseren Regeln spielen. Falls Sie sich dagegen entscheiden, habe ich in dieser Tasche eine Pistole mit einer Kugel, die ihren Namen drauf hat. Falls Sie sich entscheiden sollten, Ihr Wahlversprechen zu halten und uns rauszuschmeißen. Verkaufen Sie unseren Ölgesellschaften Ihr Öl sehr billig oder stimmen Sie bei der nächsten UN-Abstimmung mit uns oder senden Sie Truppen zu unserer Unterstützung an einen Ort wie Irak. Auf diese Weise haben wir ein weltweites Imperium geschaffen, in dem nur sehr wenige Menschen wirklich wissen, dass wir dies getan haben. Wie viele Menschen dachte ich, dass eine Verschwörung für die globale Vorherrschaft nicht wirklich funktionieren kann, weil im Grunde genommen Menschen einfach nicht zu kompetent sind. Ich dachte, dass es unmöglich wäre, so etwas durchzuziehen mit dem notwendigen Maß an Kontrolle und Geheimhaltung. Eine der falschen Hoffnungen war, dass all dies geschieht, weil die Regierung unfähig ist. Dies ist ein riesiger Irrtum und Leute wissen es wirklich nicht. Natürlich ist dies eine gute Tarnung für die Tatsache, dass das System wirklich weiß, wohin es geht. Und es geht, wohin es will und es ist erfolgreich damit. Dennoch fragte ich mich, wie es sein könnte, dass etwas so groß und korrupt geheim gehalten werden konnte. Die Struktur ist einfach. Wenn sie nicht so einfach wäre, würde sie nicht funktionieren. Sie kann mit einer zergliederten Pyramide verglichen werden. Betrachtet man jede heutige Organisation, egal ob es ein transnationales Unternehmen, eine Universität, eine Regierung oder eine geheime Gesellschaft ist, sieht man, dass alle wie eine Pyramide aufgebaut sind. Und wie man beim CIA und anderen Geheimdiensten sagt, haben alle dieses Need-to-Know-System. Leute erfahren nur das, was sie unbedingt wissen müssen, um ihren Beitrag zu leisten und nicht mehr. Also nehmen sie nun einmal eine Bank, eine einzelne Banke. Die unterste Ebene besteht aus Leuten, die sie zu sehen bekommen, wenn sie einen Scheck über den Schalter in einer Bank geben. Angestellte wissen nicht, was der Bankmanager im Hintergrund weiß und diskutiert. Diese Leute wissen nur genug, um ihren Job zu tun. Der Bankmanager ist im Büro hinter ihnen. Er oder sie weiß nicht, was auf der nächsten Ebene passiert. Und diese wissen nicht, was wiederum auf der nächsten Ebene geschieht. Schließlich haben sie nur wenige Menschen an der Spitze der Pyramide dieser Bankstruktur. Diese Leute sind die einzigen, die die wirkliche Agenda der Bank kennen, welche Ziele sie hat und warum. Diese Art der Abfettung erklärt, wie das Manhattan-Projekt, welches die Atombombe im Zweiten Weltkrieg entwickelte, geheim gehalten wurde, obwohl 130.000 Menschen daran arbeiteten. Ich betrachtete die Art von Welt, die die kontrollierende Elite uns bereits gegeben hat. Und ich musste fragen, wie würde die Welt sein, wenn sie absolute und komplette Herrschaft über jeden, überall hätten. In dieser neuen Weltordnung würde dann eine kleine Anzahl von Menschen die totale Kontrolle über das Leben der Menschen durch ein System von intrusiver Überwachung, gewaltsamer Unterdrückung anderer Meinungen und Schuldknechtschaft ausüben. Stellen Sie sich kleine Inseln der Opulenz vor, die mit einem Meer von Elend umgeben sind, in der es die Mission des Militärs ist, die Besitzenden vor den Besitzlosen zu schützen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass deren Ziel wirklich bedrohlich ist und dass sie vor nichts zurückschrecken, um diesen Plan umzusetzen. Sie wollen die Gesellschaft auf eine Weise ändern. Sie wissen, wenn sie es offen tun, werden sie eine unerwünschte Reaktion halten. Also tun sie es nicht offen. Sie spielen Problem, Reaktion, Lösung. Stufe 1. Sie kreieren ein Problem. Es könnte eine Bombe eines Terroristen sein. Es könnte 9-11 sein. Es könnte ein Wechsel einer Währung sein. Es könnte ein Börsencrash sein. Eine Regierung könnte zusammenbrechen. Sie erzählen den Leuten ihre Version davon, wer A, verantwortlich ist und B, warum. An dieser Stelle würde Problem, Reaktion und Lösung nicht funktionieren, wenn wir Medien hätten, die in irgendeiner Weise noch etwas mit Journalismus zu tun hätten. Stattdessen sind die Mainstream-Medien ein PA-Büro für die offizielle Version der Ereignisse. Es stellt sich heraus, dass Präsident George W. Bush recht hatte, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen versteckte. Die praktisch einzige Möglichkeit oder Informationsquelle, die die Öffentlichkeit über dieses Ereignis hatte, waren die Mainstream-Medien. Was sie auf der zweiten Stufe des Problems, Reaktion, Lösung erwarten, ist die Reaktion von Empörung, von großer, großer Angst. Sie wollen, dass die Öffentlichkeit der Regierung sagt, dass etwas getan werden muss. Dies kann nicht so weitergehen. Was wird dagegen getan? Dies ermöglicht die dritte Stufe, in der diejenigen, die das Problem kreiert haben, die Reaktion der Öffentlichkeit mit einer falschen Geschichte polieren, um dann öffentlich eine Lösung für ein Problem anzubieten, das sie selbst geschaffen haben. Die Idee, dass Tragödie verwendet wird, ob hergestellt oder einfach benutzt, war für mich sehr bedeutsam, um endlich zu verstehen, wie weit diese Leute gehen, um ihre Ziele zu erreichen. Es ist eine dokumentierte Tatsache, dass wir in den Vietnamkrieg unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eintragen. Der ehemalige US-Verteidigungsminister Robert McNamara hat zugegeben, dass der Angriff auf ein Schiff im Golf von Tonkin nicht tatsächlich stattfand. Unsere Meinung, dass wir an diesem Tag angegriffen wurden, war falsch. Es ist nicht geschehen. In jüngerer Zeit verwendete der ehemalige Präsident Bush die nicht existierenden Massenvernichtungswaffen als Vorwand für den Einmarsch im Irak. Taktiken wie diese werden manchmal als False Flag Operationen bezeichnet. Eine wachsende Anzahl von Menschen glauben, dass 9-11 eine False Flag Operation der globalen Elite war, um die Voraussetzung für die Übernahme des Nahen Osten und den Abbau des US-Verfassungsschützes aufzubauen. Fast alles, was für einen Polizeistaat nötig ist, ist eigentlich schon vorhanden. In diesem Moment kann jeder von uns in Amerika ohne Vorwarnung oder rechtfertigendem Grund eingesperrt werden und wir können auf legale Weise entführt, gefoltert und ermordet werden, falls die Regierung entscheiden sollte, dass, was wir tun, eine Bedrohung ihres Plans ist. Sie müssen uns nur als Verdächtigen in ihrem sogenannten Krieg gegen den Terror bezeichnen. Wir werden mehr und mehr beobachtet. Im Jahre 2010 haben uns in den USA allein 30 Millionen Überwachungskameras aufgezeichnet. Jedes Telefonat und jede E-Mail, die wir schicken, wird gesammelt und archiviert und kann jederzeit eingesehen werden. Unsere Führerscheine und Pässe haben einen Computerchip implantiert, damit jede unserer Bewegung verfolgt werden kann. Nun werden Krankenhauspatienten die gleichen Chips unter die Haut implantiert. In der Tat waren es Procter und Gamble, die diese Chips entwickelten, zunächst, um ihre Produkte verfolgen zu können. Es wird immer als hilfreich angeboten, aber sogar der Assistant Director of Central Intelligence hat zugegeben, dass es ein Einstiegspunkt ist, um alle von uns mit einem Chip zu versehen, um uns besser verfolgen und kontrollieren zu können. Diese Möchtegern-Kontrollierer haben durch den US Space Command einen Plan namens Full Spectrum Dominance vorgestellt. Hochentwickelte Satellitenüberwachung sowie Direct Energy und Laserwaffen, die bereits entwickelt sind, haben die Möglichkeit, auf Dissidenten überall auf der Erde zu zielen. Ich glaube, dass sie versuchen, sicherzustellen, dass sie effektiv mit jedem Widerstand umgehen können. FEMA-Containment-Camps und Eisenbahnwaggons mit Fesseln wurden kürzlich überall in den Vereinigten Staaten gebaut oder renoviert für den Einsatz, in dem, was Beamte als Zeiten der Pandemie oder Unruhen bezeichnen. Es gibt noch eine brutale Erkenntnis über die globale Dominationsagenda, die ich Ihnen mitteilen muss. Es war für mich furchtbar, diese zu erkennen, aber ohne sie wäre meine Untersuchung nicht vollständig und unsere Lösungsstrategien würden unzureichend informiert sein. Ich fand erschreckende Dokumentation, dass Eugenik eine der zentralen Säulen ihres Plans ist. Eugenik ist die Praxis, wo wenige Leute entscheiden, wer würdig ist, sich fortzupflanzen, und wer nicht. Sterilisation ist eine der vielen heimtückischen Wege, wie dieser heimliche Plan umgesetzt wird. Im Jahre 1904 finanzierten die Carnegies das erste Eugeniklabor in Cold Spring Harbor, Long Island. Die Rockefellers finanzierten die Zwangssterilisierung von Menschen mit farbiger Haut durch das Eugenikprogramm und finanzierten das Kaiser-Wilhelm-Institut in Deutschland für die rassische Überlegenheitsagenda, die später von Hitler übernommen wurde. Im Jahre 2007 finanzierte das US Department of Agriculture und Homeland Security ein vorgeschlagenes Projekt, das über 7 Millionen Menschen in städtischen Gebieten von Nordkalifornien Luft gesprüht hätte. Nachdem sich Bürger gegen diesen Plan organisiert hatten, waren die Beamten gezwungen, offen zu legen, dass in dem Spray Giftstoffe die Krankheiten verursachen und den Fortpflanzungszyklus stören können, enthalten waren. Glücklicherweise hielt der zivile Widerstand das Projekt auf. Die US-Regierung ist über 30 Mal dabei erwischt worden, heimlich Experimente mit giftigen Chemikalien an ihren eigenen Bürgern, Soldaten, Gefangenen und Indianerreservaten, ganzen Städten und Landkreisen auszuprobieren. Verdeckte Massensterilisierung von Frauen und Mädchen in der Regel mithilfe geheimer Zusätze zu Impfstoffen wurden in Brasilien, Puerto Rico, Nicaragua, Mexiko und den Philippinen aufgedeckt. Diese waren unter der Schirmherrschaft von Programmen wie John D. Rockefellers Population Council, das US Department of Health, Education and Welfare, wo Nelson Rockefeller Undersecretary war und die von Rockefeller gegründete World Health Organization. Novartis und Syngenta in Zusammenarbeit mit dem US Department of Agriculture und dem Department of Defense haben eine Spermizidal-Belastung von GVO-Mais, welche männliche Konsumenten unfruchtbar macht, in der Praxis getestet. Die Liste geht weiter und weiter. Im Moment ist die globale menschliche Fruchtbarkeit am Abnehmen. Wir sind an einem kritischen Punkt in der menschlichen Evolution. Ein Weg führt in Richtung Tyrannei und mögliche Selbstzerstörung. Der andere Weg würde uns zu einer friedlichen und gesunden Zivilisation basierend auf der Aufrechterhaltung der Rechte und Freiheiten eines jeden Menschen auf diesem Planeten führen. Um diese neue Richtung einzuschlagen, liegt es an Ihnen und mir, diesen Weg zu räumen. Die Zeit ist gekommen, um genug zu sagen. Es geht auch anders. Sind wir Menschen, so wie die Elite es uns glauben lässt, dumme, gierige Kreaturen, die, wenn uns selbst überlassen, in Gewalt und Chaos übergehen würden und dann für unseren eigenen Schutz von einer selbsternannten Elite beherrscht werden muss? Oder sind wir von Natur aus fürsorglich und kreativ? Ich glaube, wenn Menschen gesund sind und alles, was sie zum Überleben brauchen, haben, können wir eine Welt erschaffen, die auf Integrität, Freiheit und Mitgefühl basiert. Eine Welt, in der jeder gedeihen könnte. Die Agenda der herrschenden Elite ist ein Produkt einer destruktiven Weltansicht. Basierend auf ihrer Überzeugung, dass manche Leute es mehr verdienen als andere und dass ihre persönliche Sicherheit davon abhängt, absolute Kontrolle über den Rest von uns aufrechtzuerhalten. Aber so mächtig sie auch sind, können die Architekten der neuen Weltordnung diese schrecklichen Visionen nicht ohne unsere Kollision erschaffen. Um sie zu stoppen, um ihre Agenda als veraltet zu erklären, müssen wir aufwachen, wir müssen Maßnahmen ergreifen. Es scheint, dass die kontrollierende Elite alle Karten hat, aber wir haben unsere eigenen Vorteile. Sehr wenige Menschen üben bewusst die Herrschaftsagenda aus. Die meisten derjenigen, die helfen, diesen Plan umzusetzen, verstehen das vollständige System, an dem sie teilnehmen, nicht. Nach meinen Berechnungen übertreffen wir zahlenmäßig die tatsächlichen Architekten des Plans im Verhältnis von 1 zu 1 Million in den USA allein. Der wichtige Vorteil für uns ist, dass alle Machtzentren, die die Elite-Kontrolle benötigt, unsere Beteiligung benötigen. Wenn genügend Menschen deren Unterstützung zurücknehmen, kann ihr Plan nicht funktionieren. Dies gilt auch für die Zentralbanken, das Militär, die Massenmedien, die Regierung und vieles mehr. Es ist keine Frage, dass das Geld, das Kapital zunehmenderweise in den Händen von wenigen konzentriert ist. Und diejenigen, die so mächtig sind, konzentrieren es weiter. Aber es gibt eine Macht, die stärker ist, und diese Macht ist die Macht des Volkes.